Hallo liebe Rodos, Freunde und Freundinnen und Wanderer. Es geht um die neue Ausgabe des Wanderführers Februar 2023. Gibt es übrigens auch als PDF. Kann man auch bei bod.de sich herunterladen oder natürlich das Buch da auch direkt bestellen oder sich auch informieren über rodoswandern.de. Heute möchte ich euch meine Top 3 Wanderung für die erste Hälfte des Jahres 2023 verraten. Und das wäre auf Top Nummer 3 die Wanderung 31. Das ist die hier. Hier ganz oben in Richtung Rodos Stadt. Und das ist, wie ich finde, eine sehr schöne Wanderung. Geht unten in Triander los auf den Fillerinusberg. Oben kann man sehr viel entdecken. Es gibt ein Kreuz. Es gibt sehr viele Aussichtsmöglichkeiten. Es gibt einen Kreuzgang dort oben. Es gibt da ein Kloster. Es ist eine sehr interessante Sache. Sollte man auf jeden Fall, wenn man in Rodos war, auf jeden Fall mal gesehen haben. Die Wanderung 31 ist lang. Etwa 6 Kilometer und man braucht 2 Stunden und 40 Minuten. Zunächst mal die Wanderung auf dem Berg. Da kommt man schon mal ein bisschen ins Schwitzen. Aber bergab ist es dann relativ entspannt. Da geht es dann auch an einer Kirche vorbei. Und oben kann man übrigens auch einkehren. Die Platz 2. Genau. Nach 3 kommt 2, wenn man vor den Nähern denkt. Platz 2, den ich vorschlagen würde als Wanderung. Das ist die Wanderung 21. Und zwar ist die hier in der Nähe von Achangelos. Ich zeige euch das mal. Das ist also ungefähr hier. Und das ist die Wanderung 21 zu den sieben Quellen. Und das ist auch für mich eine der Lieblingswanderungen. Die ist etwa 10 Kilometer lang. Man läuft 3 Stunden und 25 Minuten. Reine Laufzeit. Ich sage das immer wieder gerne dazu. Es ist aber eine sehr schöne Wanderung. Man hat auch dort immer wieder tolle Blicke. Und das ist jetzt nicht so die Standardwanderung zu den sieben Quellen. Die wird ja sehr oft dann beschrieben von Achangelos direkt aus durch die Felder. Meine Wanderung startet in der Nähe eines kleinen Weilers. Und zwar direkt an einem Brunnen. Es geht da auch erst durch verschiedene Olivenfelder durch. Es geht dann über einen Hügel rüber. Und dann kommt man langsam bei den sieben Quellen an. Da gibt es auch eine gute Möglichkeit einzukehren. Sich auch zu erfrischen. Gerade auch im Sommer ist es da relativ frisch. Es gibt da auch eine Art Wasserfall. Und es geht dann zurück auch wieder über einen Bergkamm. Zurück bis zum Ausgangspunkt an die Quelle. Wie ich finde, eine sehr schöne Wanderung. Ist sonst auch nirgends verzeichnet. So, dann kommen wir zu Platz 1 der Wanderung, die ich vorschlage. Jetzt für das erste Halbjahr 2023. Und das ist wirklich, also nicht nur für dieses Jahr meine Lieblingswanderung. Das ist die Wanderung 20. Und zwar ist die hier. Und die startet auch in Archangelos. Und zwar in Archangelos am Kastell. Früher hat diese Wanderung praktisch in der Mitte der Stadt begonnen. Dadurch war sie wirklich sehr lang. Wenn man will, kann man das immer noch machen. Denn von der Stadt aus zum Kastell ist es ja ausgeschildert. Aber so parken wir auch das Auto direkt am Kastell und laufen von dort aus los. Wir laufen, wenn wir vor dem Kastell stehen, rechts herum durch die Olivenhäne. Und kommen dann ganz langsam nach unten an die Küste und dann letztendlich auch an einen kleinen Strand oder zwei kleine Strände, die wir besuchen können und gehen dann weiter. Da geben wir dann auch, also da bin ich mir sicher, da werden keine Fahrradfahrer dabei sein, auch wenn es ein schmaler Fahrrad ist. Fahrradfahrer maximal dann, wenn sie das Fahrrad auf dem Rücken haben. Also das ist wirklich ein sehr schöner Fahrrad. Es geht über sehr viele, sehr viele Steine. Es geht über die Klippen und da hat man wirklich fantastische Ausblicke, wirklich in die verschiedenen Buchten. Und da ist übrigens auch das Titelbild entstanden auf dieser Wanderung. Und an diesem Felsenfenster, was man hier sieht, kommt man auf der Wanderung auch vorbei. Zwischenstation ist dann der Strand der Agathi Beach. Und da gibt es dann vor allem mit der Saison bis zu drei Tavernen, die dort aufgemacht sind. Die werden dann im Winter wieder abgebaut. Aber man kann da auch wirklich richtig gut essen. Also ich kann das nur empfehlen. Ich mache das auch immer, dass man da noch mal einkehrt. Und wer will, kann da natürlich auch eine Liege mieten mit Sonnenschirmen. Auch die Möglichkeit besteht. Und von dort aus geht es dann wieder zurück über die Berge, wieder durch die verschiedenen Olivenhäne bis zum Ausgangspunkt, dem Kastell. Die Wanderung ist mit einer der längsten 15 Kilometer. Wenn man vom Ort aus losgeht, sind es ungefähr so 18, 19 Kilometer. Aber meine Wanderung ist beschrieben ab dem Kastell. Da sind es dann 15 Kilometer und man läuft vier Stunden hin und zurück. Also praktisch bis zum Agathi Beach schon wieder zurück zum Ausgangspunkt. Reine Wanderzeit, wie ich immer gerne dazu sage. So, das waren meine Top 3 Wanderungen, die ich euch vorschlagen möchte, für das Jahr 2023, für sozusagen die erste Saison, die Frühjahrssaison. Ich wünsche euch viel Spaß. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schaut nach auf der Facebook-Seite Rodders Wandern oder schaut auf der Webseite nach, wenn es da irgendwelche Updates gibt. Die habe ich ja dort auch immer veröffentlicht unter rodderswandern.de. Und wenn ihr Fragen habt, schickt mir gerne eine Mail oder bei Facebook über rodderswandern.de. Da beantworte ich auch gerne jede Frage. Oder wenn ihr irgendwie eine Anmerkung habt, weiß ich vielleicht irgendwie, das Haus ist nicht mehr rot, was ich da beschrieben habe, sondern jetzt blau. Wäre es ja ganz schön, das zu wissen. Dann kann ich das weitergeben. So, viel Spaß auf Rodders beim Wandern wünscht Dieter Düring.